Der sich torquiert aufbäumende Todesschrei, diese letzte sich windende, heulend klagende Sehnsuchtsanschuldigung korreliert mit der abgrundtiefen Enttäuschung, dass die Sehnsucht, weiter zu leben, vollkommen gescheitert ist. Und verraten wurde, die ultimative Enttäuschung, die letzte Anklage, der letzte Schrei, letzte Hilfeschrei, das letzte Jammern nach tröstender Anwesenheit, aber es herrscht nur Abwesenheit in diesem Moment.